King Shawarma. King Shawarma ist schon eine Ansage, der Name. Da finde ich selten in Berlin so einen optisch-bombastischen arabischen Shawarma-Spitz. Das Fleisch, Mutter, weich, zart. Es zergeht im Mund richtig. Also ich sag ehrlich, mhm, boah. Wer dieser Shawarma in Berlin, ich tue meine Hand dafür ins Feuer, der wäre der beste Shawarma in ganz Berlin. Guck mal, wir sind Essen in so einer kleinen Stadt. Ich würde noch nie so gutes Fleisch geben. Boah, das beste Shawarma für mich hier. Nach dieser Shawarma, ich werde in Berlin gar kein Essen.